Ich wusste, dass die von S. und T. mit ihren Männern eher aufbrechen würden, als in ihrer Gesellschaft zu bleiben. Ich wusste, dass der Graf es mit ihnen nicht verderben darf, und jetzt der Lärm? Wie, Fräulein? sagte ich, und verbarg meinen Schrecken, denn alles, was Adelin mir ehe gestern gesagt hatte, lief mir wie siedend Wasser durch die Adern in diesem Augenblicke. Was hat es mich schon gekostet? sagte das süße Geschöpf, in dem ihr die Tränen in den Augen standen. Ich war nicht Herr mehr von mir selbst, war im Begriff für mich, ihr zu Füßen zu werfen. Erklären Sie sich, rief ich. Die Tränen liefen ihr die Wangen herunter. Ich war außer mir. Sie trocknete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen.